Heute gehe ich zum Doktor. Ich habe Aua auf dem Fuß. Kannst du mal unter dem Pflaster nachsehen? Kannst du mal schauen, ob ich Fieber habe? Nicht so heiß, nicht so kalt. Genau richtig. Katschi! Gib mir bitte ein Taschentuch. Kannst du mir helfen, die Nase zu putzen? Der Mama geht zum Doktor heute. Hurra! Am Rück hin, der ja, die waren auch schon da. Der Doktor sagt, ich bin gesund, habe geprüft, ans Nase und Mund. Du hast mir das an Spaß gemacht, hurra! Ich bin gesund! Jippie! Du bist ein toller Doktor! Den Dämpfer mag ich zum Doktor heute, hurra!